7. Zugang zu bezahlter, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die oft unausgereiften sogenannten erneuerbaren Energien sollen aus ideologischen Gründen mit Steuergeld gefördert werden, wodurch die Strompreise ins Unermessliche steigen werden. So werden die Menschen gezwungen, die Entwicklungen zu finanzieren, die sie immer weiter in Armut und somit in Abhängigkeit vom Staat treiben werden. Menschen werden gezwungen werden, die neuen Technologien zur Energiegewinnung zu verwenden und sie zu installieren. Da dies sehr teuer ist, werden die Menschen auf Kredite angewiesen sein und somit in die Abhängigkeit vom monopolistischen Finanzsystem geraten oder ihre Immobilien unter Wert an eben jene globalistischen Strukturen abtreten und in 15-Minuten-Städte umsiedeln müssen. Ganze Wirtschaftszweige werden zusammenbrechen und Kleinbetriebe sowie Familienunternehmen von der Bildfläche verschwinden. Auf diese Art und Weise kann die Marktdominanz der Großkonzerne weiter ausgebaut werden. Alle Energieversorgungswege sollen digitalisiert werden, um den Verbrauch aller Haushalte in Echtzeit analysieren zu können. Durch Smart Meter, IoT-Thermometer und andere vernetzte Messgeräte soll es möglich gemacht werden, ganze Haushalte zu überwachen und zu sanktionieren, wenn die Regierung oder die künstliche Intelligenz es anordnet. So kann Energie rationiert oder aus der Ferne ganz eingestellt werden. Die Verknappung wird nicht nur zu gigantischen Profiten auf Seiten der Energiekonzerne führen, sondern die Menschen dauerhaft erpressbar und kontrollierbar machen. Wenn die Technologiekonzerne und Regierungen weiterhin ihre Macht und ihren Einfluss ausbauen, werden Blackouts und Rationierungen zum Alltag gehören. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit, dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist.